Mh, B, ähm, äh, ii, oh, bäh, na nein, was ist denn, wieso fliegen da Donuts aus den Forst, der beharrt, ii, ja, nein, ich meine, bäh, ich mein, ah, Alter, warte, 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 setz dich hin, ich bring dir einen Kaffee, was willst du trinken? Äh, I would like to have two Cokes. Es ist eine Sache verboten und ich hätt's grad fast fünfmal gemacht, beim ersten Video, fünfmal. Denn in diesem Video dürfen wir nicht Bäh sagen, nicht I sagen, all das verboten. Deswegen lasst alle eure Bähs nochmal raus, Bäh, 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 Bäh. Und wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen noch um da und ganz, ganz wichtig an meine Community, das ist das zweite Video jetzt, wo meine Kommentare aktiviert sind. Deswegen löst diese Matheaufgabe für mich und schreibt es in die Kommentare. Ich will von jedem einen Kommentar sehen, was ist sieben mal sieben plus acht plus vier mal neun geteilt durch zwei. Okay, gut, wir haben, oh man, Bro, werden das jetzt nur so seltsame Videos sein, ich hab noch nie eine Versuche, nicht, ihr wisst, welches Wort zu sagen. Äh, Challenge gemacht, noch nie. Äh, die Sounds. Ey, mhm, 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 das war ein, äh, das war nicht ein, mhm, mhm, mhm. Alter, oh man, nein, Bro, das ist ja unmöglich, ich schwör, das ist unmöglich. Habt ihr diese Gli, was haben wir uns gehört, dieses Glim, dieses, äh, äh, mach das aus. Äh, oh man, okay, wir haben Kugeln, alles gut, bei Kugeln ist alles super. Die sehen, ja, die biegen sich ein bisschen rum, slow-mo, alles gut. Ja, so ein bisschen Schleim, aber finde ich jetzt nicht eklig, ist okay, ist okay, finde ich nicht schlimm. Bro, sieht alles so seltsam aus in dem Video, das ist, ich weiß nicht, was das sein soll. Ähm, äh, Bro, sind das, sind das halt, sind das halt Zähne, die die Geräusche machen? Äh, okay, nee, i, Bro. Nein, nein, i, nein, 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 ist mir egal, ob wir eine Challenge machen, ich bin, verdammt nochmal, das ist mein Katal, und wenn ich eh sag, endet das Video nicht, weil das sind... Äh, Regie, sind wir wieder zurück? Wah, das ist voll seltsam, das Video, wieso schickt ihr mir sowas? Oh Mann, ihr seid solche Bauchnabelpopler, Alter. Und wenn du neu bist auf diesem Kanal und auch ein Bauchnabelpopler sein willst, dann abonnier jetzt kostenlos, ja? Wenn du morgen keinen Bock mehr hast, kannst du dich umentscheiden. Es kostet nichts, drückt einmal drauf und dann popeln wir zusammen in unseren Bauchnabeln. G-gut, wir, äh, okay, es geht weiter. Ja, wir haben, oh mein, Bro, nein. Nein, was ist das? Gut, ja, ähm, ähm, Bro, okay, ja, ey, oh Mann, das ist doch so, was, ja, und er, ok, ok. Okay, noch eine Schelle, Alter, yalla, oh Mann, ii, wieso kommt da Bananen jetzt raus, von mir aus Kugeln? Von mir aus gibt's dem eine Schelle, aber wieso Bananen, verdammt, normal, sagst du's mir, ey, ich kann das nicht, ich, Bro. Und auch noch Münzen, ja, servis, gut, es ist, ähm, Ich meine, ich habe es bis jetzt noch nicht gesagt. Habt ihr es schon gesagt? Ja, dann beantwortet doch meine Matheaufgabe vom Anfang. Los, rechne. Oh Mann, können wir jetzt ein bisschen ruhigere Clips machen? Okay, das ist genau das, was ich brauche. Schön beruhigen, ein bisschen Glibber, ein bisschen Mast. Das ist okay. Ein paar Sachen, die zerstückelt werden, super. Das ist okay für mich. Genauso kann es weitergehen, ja. Ja. Oh. Oh. Hm, das ist schön. Und ein bisschen Wasser noch. Ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass gleich irgendwas Ekliges kommt. Irgendwie. Es ist zu schön gerade. Es ist... Es ist viel zu angenehm gerade. Es ist mit Absicht bestimmt so gemacht. Ich habe ein ganz mummiges Gefühl, Leute. Es ist schön. Wasser dreht sich. Jetzt habe ich Durst. Habt ihr auch Durst? Soll ich euch was zu trinken bringen? Was wollt ihr trinken? Fanta Spezi. Oh nein. Nicht hören. Oh Manni. Was ist... Oh Manni. Oh, ich wusste, das ist alles nur fake, Mann. Es ist... Ah. Ich war gerade so entspannt auf Wolke 7, Mann. Ich war an irgendeinem Strand in meinem Kopf. Es war schön vögelgezwitschert. Dann musste er wieder irgendein Sechstern aus seinem Mund raushaumen. Ruhig bleiben. Alles ist super. Wir entspannen uns. Okay. Ruhe bewahren. Nicht Glühbirne. So. Ich bin kein schreckhafter Mensch. Da ist ein Tiger, der im Laptop läuft. Super. Das freut mich und wir spielen zurück. Sehr gut. USB-Kabel wird eingesteckt. Sehr schön. Jetzt wird... Ah. Nein. Ich sag's. Nein. Wieso immer diese Köpfe? Ich sag's nicht. Bro. Guck mir nicht so blöd an. Ich sag's nicht. Okay. Ein Donut. Das war... Okay. Es war gerade ein Donut. Okay. Ich hätt fast wieder... Ich hätt fast wieder verboten, das Wort gesagt. Irgendwie, dass ein Donut da raus wird, find ich ein bisschen... Naja. Ich sag nix. Ich find's wunderschön. Ich würd das gern trinken, essen. Was jetzt? Oh. Jetzt wird's wieder zum Donut, oder? Und wir haben wieder unseren Donut. Löt. Lecker. Gut. Das ist... Mh. Diese Haare. Bro. Ein Büschel Haare. Ei, 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 ei. Okay. Gut, ne goldene Ding, dieser Platz. Super, klasse. Und nochmal. Und bumm. Ja. Ist, ähm... Ah, ist easy noch. Gut, ne cool. Oh, das find ich cool. Das find ich nicht echt. Das find ich cool. Oha, das sieht voll cool aus. Wow, das war richtig sick. Das war richtig sick. Das hat mir gefallen. Jetzt geht's wieder bergauf. Ja, irgendeine Glibbermasse, die rausläuft. Und wieder reinläuft. Stark. Und wieder rausläuft. Super. Glibbermasse, super klasse. Super Glibbermasse. Super Wahnsinn. So, ein Seil, was sich... Hä? Bitte was? Äh, da hab ich nicht gecheckt. Ein Automat, der Dosen wirft. Ast rein, Bruder. Da seh ich mich drin. Ein paar Cokes stellen mir vor, das passiert im echten Leben. Die eine oder andere Coke umsonst. Wow. Imini. Ja, hört er auch irgendwann mal auf? Ah, ich wollte schon sagen. Gut. Ich warte nur aufs Eklige. Ich warte... Gut, Sofas, die im Kreis fahren. Man, wer kennt's nicht? Wer kennt's nicht? Man muss auch mal die Sofas im Kreis fahren lassen. Ah. Bälle, die außen... Äh. Wo ist ihr Gesicht? Hallo? Sarah, wo steht... Oh, ich hasse Punkte. Nein. Und ein Auge. Ich sag's nicht mehr. Okay, ich sag's nicht mehr. Da war das, was ich gemeint hab. Gut. Wir haben einen dicken Ball, der an Schnüren vorbeifährt. Und... Ein Ball, der... Haben wir es geschafft? Haben wir es geschafft? Haben wir es geschafft? Haben wir es geschafft? Meine Damen und Herren, ich hab nicht ein einziges Mal, ihr oder B, in diesem Video gesagt. Wenn's euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr es geschafft habt. Schreibt's in die Kommentare. Lasst mich alles wissen, was ihr heute Morgen gegessen habt. Was ihr heute Abend gegessen habt. Wie oft ihr aufs Klo geht. Ich will alles lesen. Ich lese die Kommentare durch, auch wenn's wieder 10.000 sind, wie's letztes Mal. Ich lese es durch. Und aber würde ich sagen, versuche nicht bad zu sagen. Meine Lieblingschallenge werden wir ab jetzt jeden Tag viermal machen. Ab heute sechs Videos die Woche, sechs Videos am Tag und sieben Videos pro Stunde. Danke fürs Zuschauen. Klickt hier aufs Letzte. Ich bin Ross. Ademiratis. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. rat천ischoss. Bis zum nächsten Mal.